so jetzt muss der Knopf, ich muss irgendwie, fick dich ne 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 drück Knopf NEIN! ich lass ihn fallen, ich lass ihn fallen das machst du dich nicht, ok ja ist gut hat's echt nicht gemacht los drück Knopf ja ich drück ihn, im Netz da kommt ein Mail, man spürt hier das heißt, ich muss jetzt aber trotzdem rüber warte, fällt ja jetzt so unendlich, oder? nein, ich muss jetzt rüber was will, ich will doch nicht rüber und du schießt ein bisschen dumm ja das ist, was ich kann oh man, Junge, Junge, Junge was muss ich jetzt machen? irgendwie könnte man hier die Plattform anwinkeln aber wie? muss ich da den Knopf drücken? warte mal ah, warte mal ich lauf nicht weg ja mal nach hier oben, wo ich vorhin war dafür müssen die komischen Plattformen eingewinkelt sein also das sind sie jetzt warum geht der kaputt? weil wir ja weil der hier einfach dauernd fällt ja warte, 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 warte warte, 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 warte das ist ja auch schon mal oben äh, und jetzt findest du die zwei cubes ja cube nummer uno und cube nummer duo aber rüberkommen solltest du eigentlich schickt per poste ich höre sogar mein gott ist das einfach ja ja, aber du tust ja immer so schwer, ja? ey, ich hab uns die Lösung gebracht, ne? gar nicht ich wusste, dass wir die ganze Zeit unten was übersehen haben natürlich ach du so nein das ist nicht möglich das erzählst du für den Stoß öffne los du kate johnson du sehr gut, sehr schafft sogar klar, das lobt uns gut meine Fresse, ey dafür sollten wir jetzt 20 Euro bekommen natürlich also ich muss sagen, die hat mir gut gefallen vom Bierpizza Schnipsel äh, Chips nicht Schnipsel mal gucken, ich glaub guck mal, der hat mehrere Match gemacht, soweit ich weiß dann kann man ja auch mal machen, mich noch reingucken gut aber ich würde sagen, ob ihr heute reicht's und ähm man sieht sich dann beim nächsten Mal tschüss so, wir kommen zu einer neuen Map und zwar zwei glaube ich zumindest heißt sie einfach nur und sie sieht sehr interessant aus und sie sieht sehr interessant aus ok erstmal alle Knöpfe drücken hier warte, dich würde ich gar nicht machen, du sie sag mal nochmal irgendeinen Knopf wir haben so viele in letzter Zeit gedrückt ich glaub ich bin tot NEIN das ist so, dann nicht was, perfekt ach mit dem mach ich hier kaputt oder auch nicht nein, nein ich würde gerne helfen aber ich weiß nicht wie hm das ist resettet warte, lass mich jetzt da mal ran warte, lass mich jetzt da mal ran warte, mach doch das hier eigentlich das ist dass da auch Klipper rauskommt drück den Knopf welchen die ich die eben markiert hatte der auch nicht äh, gar keiner doch der erste ja, du solltest eben so getimed springen Moment ähm auch haben wir ab, du komisches Vieh Moment jetzt äh äh was ist der hier? Moment jetzt dem hier versuch's mal mit dem NIST NIST ob es irgendwo eine Reihenfolge gibt äh was ist der hier unten äh, ne Spielerei oh man so oh weißt du Vieh, du gehst mir vor auf den Sack tut mir leid du lebst noch ach, das ist ja gar nicht tödlich hier unten ach ach noch ich denke die ganze Zeit oh tödlich, tödlich, tödlich warte, hier ist ein Gang gibt's hier ne Taschenlampe oder so nein ah ich könnte mir gar nicht ihr könnt mir ja gar nicht ne 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 warte, Knopf ich drück den Knopf bleib da ne hee 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 okay, jetzt bin ich oben und jetzt bin ich komplett confused NIST Knopf warte, 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 warte kannst du ein Cube mitbringen, bitte wenn du da wieder hinkommst bitte am liebsten auch den Love Cube äh, dieser tun weh hast du den Cube mitgebracht? ich glaube schon ich glaube du musst den schalter da unten aktivieren welchen schalter wo da unten ist ich habe mich ja gerade wo du bist ich habe jetzt oben den cube reingemacht jetzt wird es noch bei dir hallo herunter für den schalter hier aktivieren wie was und habe ich doch hier nichts denn jetzt ach hier auf der anderen seite bin ich da muss irgendwie auch ein cube hin wir kommen wieder hin hatte mal mit jetzt sind wir auf der anderen seite was macht der knopf ok der trägt das um was ist da ach das soll nun landepunkt sein ja es nichts von wegen wenn du rüber springst das so genau auf dem punkt landes landen würde moment bringt auch nichts bringt auch nicht so ob sie erstmal alles einsauen naja fast so aha ich verstehe was also denke zu verstehen moment ich brauche ein cube ne 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 aber warte gibt es keinen besseren der ist ja so kaputt ja ich habe es geschafft ja ich hätte es auch geschafft er hätte es mir nicht angerammelt so ich habe es auch geschafft aber der bleibt doch nicht sitzen zum beispiel nicht los lassen kann was los versucht ihn mal zu entreißen bitte er klammert er klammert ich kann sogar hier unten nicht los lassen da auf zu klammern ich habe auch kein gruppe für den cube haben für den cube haben moment ich bin gleich da na 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 ihr trefft mich ja hier nicht so hm ich mal jedes mal an der kante hängen bleiben so wo bist du denn eigentlich jetzt oben nimm 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 Kazu nimm nimm transfer nimm nimm trotzdem daumen hoch dafür so lang geladen also in der theorie habe ich jetzt nächste testkammer gedrückt aber ich weiß nicht jetzt du hast ihn auch nicht drauf gedrückt kreativ der part wird heißen bia pizza chips was bin ich sauer auf du auch gott wenn ihr mir das mal schreiben könnte sollte ich mir das auch merke das verlangst du von mir so wie kann ich auch nicht welcome testchaps ist habt 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 sagt please sign and write me with the reception stings bevor